Ausgewählt Das war ne Lampe Danke Sehr gut Wenigstens schießen sie manchmal automatisch weiter Ist ja nicht immer der Fall Und ich kann ja bestimmt von hier an Visieren oder? So weit weg Von hier Nein Von hier Da stehe ich ja schon fast auf den drauf Hallo Alter, jetzt kannst du die Waffe schon werfen Ich hab so ne krassen Kollegen hier, ist unfassbar Mann Ach, Alter, geh doch einfach hin und boxt die Mann Tof Manchmal seid ihr auch der schlauesten einer oder ich Vielleicht liegt es ja an mir Weiß ich ja nicht So, jetzt kannst du ja mal kommen, Kollege Schnürschuh So Komm ran gezittert hier Jetzt müsste ich eigentlich mit ein wenig Glückelein Hier hingehen können Hier Nein, 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 da kommt die grüne Gefahr Guck mal, die grüne Gefahr will irgendwo hin Wo will die grüne Gefahr hin Nüse Brot Ähm Nein, 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 nein Ihr freut mich wohl verarschen Wieso kommen die ganzen anderen jetzt auch? Oh, und das war's ja Wie unfair ist das? Ja Hm, da ist jetzt eine hingegangen Das ist nicht meiner Tod Äh Diese grüne haben es jetzt rausgerissen Vielen Dank, ey Und ich dachte, ich schaffe die Mission jetzt noch Zu früh gefreut So, nimm mal hier Den hier in die Hand Du auch Du auch Zack 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 Zickeli, zack Einmal hier hin Einmal hier hin Einmal hier hin Ausgewählt Der Anfang läuft hier so ganz gut Na Na Gut, so viel dazu Einmal weg damit Äh Ja, doch Muss ich gerade überlegen Das einmal bitte alle Ich glaube, hier wären so eine Zerberusse auch ganz gut Aber wie ich schon sagte Ich will jetzt nicht die Mission neu starten Nur um Mehrere Waffenkombinationen zu testen Und die schießen nicht mal aufeinander Ihr dürft gerne Ich würde sagen Ähm, Leute Ja Manchmal liebe ich die KI Wunderprächtig Was macht der Panzer da Wird die von hier wegs treffen Oh, er trifft auch Ja Ciao Vier Nur mal Nur mal Alter, wie er sich todesmutig da hinstellt Könntest du mal bitte auf meine Befehle Oh Gott, dann halt nicht Ja, schieß rüber Da stehen ja nur die anderen Ich habe das Gefühl Vier trifft nicht mal Kannst du mal deinen fetten Arsch hierher bewegen Mann Ausgewählt Treffen alle nicht Jetzt Treff doch mal einer Mann Was für ein Mühsal Ich wüsste ganz gerne Wie dieser Satellitenregen funktioniert Und ob ich die Jungs alle einzeln kriegen kann Sofort runtergehauen Alter Oh nein Jetzt kommen die mit der Scheißkarre an Nummer vier Ausgewählt Na, Nummer vier ist auch dort Oh, 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 oh Es muss doch die Möglichkeit geben Diese Mission zu schaffen Ohne hier gleich mal am Anfang das zu verlieren Was ist das für ein komisches Geräusch Ohne hier haben ja alles Also so all ich Gibt es ja nichts, worüber ich mich nicht beschweren kann Oh, egal Ja, komm doch runter, du Alter, das Froschgesicht Alles klar mit dir? Alter Mist Sehr gut Dann lassen wir nochmal zweites Mal erledigen Der Einwandfrei Wenn wir das hier hinten auch hinbestimmt Da Wenn wir dich auf die Brücke Da kommt er auch schon Ich schieße dann daneben Damit du weißt, wie du es nicht machst Dachte ich, aber okay Jetzt haut er wieder ab Also manche sind halt in der Überzahl Und übertrieben gut bewaffnet Und manche sind aber strudum Und ich würde jetzt einfach gerne hier hingehen Aber das wird nichts, weil Sobald ich hier runtergehe Wäre diese scheiß grünen Blinge da Aber ich muss die rauslocken Und dann muss ich So rumgehen, um die aufzuhalten Weil sonst würde ich Ah ja, ist ja gut Na? Irgendwie ist das Buggy an der Stelle Ähm Das Gebäude scheint ein bisschen buggy zu sein So, dann gehen wir mal runter Wenn ich hier hingehe Dann kommen die wohl schnell, ne? Ja Alles klar Dann gucken wir mal, ob wir die abgefangen kriegen Wahrscheinlich nicht Uncool wäre, wenn die jetzt die anderen triggern würden Und das wäre richtig mies Ja, läuft, läuft, danke Jetzt habe ich nicht mal mehr Energie Alter, wieso sind das so viele? Ach, wirklich doch einfach ins Knie, ey Schieß doch einfach mal zurück Ja, ciao, Nummer zwei Ich gehe dann auch mal gepflegt weg Ja, ich probiere es mit Nummer drei Ich gehe gerade so weit von auf dem Sack Alter, wie viel halten die aus? Da ist noch einer Ich schieße das einfach auf den Falschen Und das war's Ich nehme mir gar nichts mehr Obwohl hier war irgendwo ein Satellitending Das würde ich vielleicht noch mitnehmen War teuer da Und eine Atomgranate müsste ja auch noch liegen Oder auch nicht Doch da Da Aber das war eine Herd wir nicht So, dann gucken wir mal, ob wir das wenigstens hinkriegen Mit einem heftigsten Verlust Weil sie mir immer so einen Scheiß aufs Auge drücken müssen Wie Manager Mann Die sich da noch Was ist denn mit ihm? Hat er die Hose voll? Geht sich jetzt schwierig oder was? Ah, jetzt kann er rennen Oh, danke Bergauf Hat er seine Joggingeinheit heute noch nicht War total down davor Deswegen ist er so langsam gegangen Ich bin Manager Sackgesicht Drei Leute verloren wegen dem Affenarsch Geht der schon wieder so langsam? Nee, ich wollte gerade sagen Ich bin grumpy Ich würde zwei Leute bündieren Manno Ja Neue Post erwartet Ihre Aufmerksamkeit Drei Agenten In Zahlen Drei Verloren Alter Ja, Wall of Tax Später Erstmal muss ich was damit machen Ja Einmal das bitte Äh Einmal das Bitte Dann Dieses Und jenes Mann, das war eine teure Mission Also so richtig teuer Ja Ein paar Agenten habe ich noch Aber die alle auszurüsten Hatte ich nicht Ach hier Warum hat Nummer zwei schon So ein Quatsch Okay Es war dann noch nicht lang genug tot Und man konnte ihn noch mitnehmen Das wäre cool Ähm Der hat ziemlich viel Stuff mit Kann ich mal die Agenten kurz wechseln Da müssen wir kurz gucken Und zwar eins mit Och ihr Lieb Der Lieb, der ist ganz lieb Der kann Raketen W-w-w-w behalten Ja Ähm Der hat keine Minigun Ähm Komm, weg damit Die benutze ich bisher nicht Habe ich wenigstens ein bisschen Geld So Dann kriegst du eine Maschine Ja genau Maschinenpistole Och jetzt muss ich erstmal wieder alles klarkommen Hier so Der hat einen Persailatron Den brauche ich auch Du kriegst auch eine Minigun Dann hackt die noch dem ersten Mal Bäh Egal Mh Entfer weg Ist dumm gelaufen Ist jetzt halt so Ähm Was brauchst du noch Ein Auto-Midipack Braucht ihr alle? Das hat mir eben schon Den Den Hintern gerettet Mit den Raketenwerfern Weiß ich nicht Eigentlich ja Aber Das Grüne vom Ei Sind die auch nicht Komm wir geben Dir Und dir mal ein Flammenwerfer Statt Raketenwerfer Dann können wir die mal testen Ja bei der Raketenwerfer Du hast Sprengstoff Das reicht Was aus Sprengstoff Nein Wer braucht ihr Du auch Was ist das denn? Der TTSS Kann denn der? Du kostet 45.000 und der andere kostet ja gut dann wird hin ich weiß nicht was daran so anders ist das ist noch kurz gucken was haben denn alle alle haben das das und das das ist soweit gut ich glaube dann würde zwei und drei gerne einmal noch tauschen zwei mit drei genau dann haben wir flammen wir für das gut und dann haben wir das alles gemacht dann können wir johannesburg später angreifen erstmal möchte ich speichern und dann muss ich ein paar folgen noch vorbereiten und hochladen und deswegen sage ich schon mal vielen dank fürs dabei sein ist zuschauen oder fürs nicht zuschauen ist auch egal ja und noch einen schönen tag und bleibt zunächst mal deswegen ja 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 ja